Vielen Dank erstmal für das Erreichen vom Zwischenziel, die Tausend sind geknackt. Unterstützung braucht es jetzt noch so ein bisschen bei der Wiedergabezeit und auch hier die Prozentscheid darf natürlich auch gerne weiter sinken. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Und ein Moinsen zum Review-Podcast nach dem Spiel gegen RB Leipzig und zum Preview-Podcast vorm Spiel Sonntag 15.30 gegen Augsburg. Ja und gut, Leipzig, da kommt man nicht unbedingt irgendwie mit Punkten rechnen und am Ende des Tages geht es nur zu eins vollkommen in Ordnung und dank eines überragenden Gregor Kobel ist es nicht noch höher ausgegangen. Was jetzt nicht so klingt, als hätten wir es verdient gehabt, irgendwie 0 zu 3, 0 zu 4 zu verlieren oder so. Weil das war auch ein großes Ding, ihr habt ja mal einen Kommentar oder vielleicht habt ihr mal einen Kommentar gehört zur Hitzesberger Vogt-Thematik, die natürlich auch noch so ein bisschen angesprochen wird von mir später. Es gab zumindest keinen Leistungsabfall im Spiel gegen Leipzig. Das war alles weiter ein ganz normaler, guter, ansehnlicher Fußball und gescheite Leistung vom Team von Reno. Ja, sonst ist im Team, ja ne, Kobel aus, natürlich Kobel komplett positiv aufgefallen, logisch. Wahnsinn, dass der rausgehext hat, direkt am Anfang von Angelinho, der auch so unfassbar geil ist. Dieser Angelinho ist ja so ein geiler Typ. Ähm, der kann ja gefühlt spielen, wo er lustig ist. Ähm, den Kobel Weltklasse raushält und dann dieser Elfmeter-Junger kriegt den Fuß noch hoch. Klar, dass das Ding in die Latte klatscht, was natürlich noch mal ein bisschen epischer, noch geiler, aber unfassbar geile Parade ist hier auch irgendwann später noch. Ihr wisst ja, ne, alles unten verlinkt, außer irgendwann ist es mal der Fall bestimmt, dass es zu viele Sachen sind, weil jetzt muss ich mich auch so ein bisschen von ein paar, ich sag mal, Ticken uninteressanteren News ein bisschen trennen, weil sonst vielleicht die Videobeschreibung fast zu voll wird. Ähm, dann findet man da vielleicht irgendwann mal einen anderen Weg, aber eigentlich soll es immer klappen. Hat ja gut ein bisschen Platz, hat man immer in der Videobeschreibung. Ähm, wie gesagt, da habt ihr dann auch die ganzen News wieder drin, die ganzen Artikel drin, bla 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 und halt auch zum Beispiel den Tweet vom VfB mit der Weltklasse-Kopelparade. Kurz vor Schluss häckst er auch noch mal ein Ding raus nach der Ecke, äh, nach der Ecke, nach der Flanke, ähm, den Sirrlott, glaube ich, geköpft hat. Ich meine, gut, 0 zu 290 wäre auch mehr oder minder egal gewesen, aber Weltklasse rausgeheckst, die Katze, die Schweizer Katze. Sonst muss man sagen, Anton macht sich echt gut. Den muss ich auch so ein bisschen, ne, am Anfang war ich bei dem so ein bisschen unsicher, aber der macht sich, absolute Bank da hinten drin. Endo Obi immer stark. Wer mir da positiv aufgefallen ist, ist vor allem Mangala. Ist wahrscheinlich auch wirklich mit ein Grund gewesen, warum wir in Wolfsburg nicht irgendwie, ich meine, da hätten wir so oder so 1-1 spielen können, müssen, wie auch immer vom Spielanteil, von den Chancen her und so weiter und dem Elfmeter, bla bla bla. Aber da hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass ein Mangala fehlt. Also ein Mangala ist mindestens genauso viel wert und mindestens genauso wichtig wie ein Endo. Denn der verliert halt auch vor allem keinen Ball. Der hat einen Ball und der schwebt übers Feld. Ich habe so wirklich das Gefühl, dass er immer so ein paar Zentimeter über dem Gras einfach schwebt. Der schwebt, schiebt mir hier mal einen Ball raus, schiebt da mal einen Ball raus. Ach, Fünfer hat er auf mich zu, egal, ich weiß genau. Ah, da ist jemand frei. Fupp, rausgeschoben. Der schwebt über dem Platz. Weltklasse, der Mangala. Vorne, ja, ne, die Kickernoten sagen es auch. Silas, 4 Gonzalez, 4 Kalajic, sogar 5. Ja, da lief es nicht so komplett rund. Die haben nicht so wirklich Anschluss gefunden. Wer gerade so ein bisschen in mehr oder minder Loch fällt, ist Gonzalez, finde ich. Der irgendwie seit seiner Verletzung gegen Hoffenheim, Weltklasse, Tor geschossen und hat verletzt. Und dann irgendwie seither fällt er ein bisschen mehr mit Theatralik, mit ich lasse mich fallen, ich liege ewig auf dem Boden, whatever, keine Ahnung. Ich lasse mich schnell reizen von kleines Scheiß und mache dem Fan quasi, mache dem Fan vorm Fernseher quasi die Angst, dass ich jetzt irgendjemandem gleich aufs Maul gebe, weil ich mich provozieren habe, lassen. Keine Ahnung, da muss man so ein bisschen aufpassen. Den muss man sich vielleicht ein bisschen mehr nochmal greifen als Trainer. Da kam dann später auch Kulibali und so weiter rein. Also nicht für Gonzalez, aber Kulibali kam rein für Kalajic und so weiter. Ein bisschen was nach vorne, Klimovic auch. Aber gut, das 1-1 hätten wir uns am Ende des Tages von Chancen nicht groß verdient. Hätten es aber fast gemacht. Wir hätten es aber fast gemacht in Niedermeier-Manier. Ganz vorne kommt Anton durch und gut, das lässt sich halt mehr oder minder auch fassen und damit entschuldigen, dass er ein Verteidiger ist. Aber normalerweise muss so ein Ding halt rein. Aber gut, am Ende des Tages nur zu 1 verdientes Ergebnis. 1-1 war natürlich richtig, richtig schön gewesen nochmal. Aber gut, haben wir den Punkt nicht mitgenommen. Leider. Und Anton, gut, kann man auch keinen großen Vorwurf machen. Spiel war es sonst, ja, einfach mehr oder minder von Leipzig gesteuert. War jetzt nicht so krass. Ich weiß nicht, ob es ein spannendes Spiel wäre für einen neutralen Zuschauer. Ich denke, ich tendiere mal eher zu Nein. Ähm, genau. Dann gehen wir hier weiter. Tabelle. Wir sind jetzt nämlich auf Platz 11. Doppelte Zahlen auf einmal wieder bei uns am Start. Hier die ganze Zeit 7, 6, 8 unterwegs gewesen. Ähm, jetzt haben wir wieder doppelte Zahlen, wo es dann gegen Augsburg dann losgeht. Und die sind gerade Zehnter. Trotzdem muss man sagen, wir haben ja, wo ja unser Blick immer hingehen muss und immer auch hingehen wird, ganz nach unten. Ne, wir haben auf Schalke Platz 18 14 Punkte Vorsprung. Und auch vom Torverhältnis, ne, auch von denen, was drumherum ist. Wir haben ein Plus-5-Torverhältnis. Der Rest da rum ist alles irgendwo negativ. Auch Augsburg, Freiburg und so Geschichten. Also, du kannst gerade immer irgendwo noch mehr oder minder einen Punkt dazurechnen, weil wir einfach das Torverhältnis auf unserer Seite haben bisher. Aber wir haben 14 Punkte besser als Schalke. 12 mehr als Mainz. 8 mehr als Bielefeld. 7 mehr als Köln auf 15. Bremen auch. 4 mehr. Und dann kommt es immer näher. Hoffenheim 15. Hertha 16. Dann kommen wir mit 18. Also, ne, ich komme jetzt erstmal wieder auf ein paar andere News zu sprechen, aber dann später in Richtung Augsburg. Da darf man schon mal wieder gewinnen. Ne, um sich, um gar nicht erst in die, keine Ahnung, in die Lust zu kommen, da unten rein zu rutschen. Ähm, so. Wir machen weiter. Wird ein absolutes Wirrwarr an irgendwelchen Geschichten. Vor allem halt in Richtung Vogt und Hitz und Hitzes, äh, Hitzesberger und, ähm, Präsidentschaft und so weiter. Riedmüller hat ein paar Dinge rausgehauen. Zum Beispiel unter anderem, irgendjemand hat es mit mir gut gemeint, sodass Klaus Vogt zum VfW-Präsidenten gewählt wurde. Lieber Klaus, alles Gute im neuen Jahr. Ja, also, wie gesagt, das sind halt ein paar ältere Sachen noch vom 31. Dezember, weil das halt noch danach kam, noch danach, äh, noch, nachdem ich den, äh, RB-Preview-Teil quasi oder den Podcast halt davor aufgenommen habe, ähm, zum VfW-Präsidenten gewählt wurde. Lieber Klaus, alles Gute im neuen Jahr. Fahrt, Gesundheit, Glück und Kraft, alles was kommt. Es tut mir sehr leid, wie du öffentlich demontiert wirst. Das hast du nicht verdient. Dann, was auch sehr, sehr lesenswert ist und was auch so ein bisschen, ne, untypisch ist, ne, ich hab's, glaub, hab ich's angesprochen? Also, so halb wahrscheinlich kam's ein bisschen rüber im, äh, im Kommentar. Ähm, aber es stellt sich ja gerade auch, selbst die Presse, wie Stuttgarer Nachrichten und so weiter, stellt sich nicht auf die Seite von Hitzesberger. Die, die eigentlich normalerweise immer quasi im Positiven über den Verein geschrieben haben, selbst zu, was weiß ich, Dietrich-Zeiten und sowas, stellt sich nicht unbedingt auf seine Seite. Und hier zum Beispiel, warum die ESECON-Kosten abgedeckt sind. Das ist das, ähm, diejenigen quasi, die diese Datenaffäre aufklären, extern, woher die Anschuldigung war vom Hitzesberger, yo, das ist alles nicht dokumentiert, das ist alles nicht transparent, wir wissen das Geld nicht, das geht alles aus dem Ruder. Ja, scheinbar weiß man's halt schon. Dann hier, Tweet, unfassbar, wie Seidenschaft, Anhänger, Perfake-Profil im Internet, Stimmung gegen Vogt machen, alles neue Accounts, wir sollten aufhören, diese Individuen zu bezahlen, werden wir mein Towerkartengeld zurückfordern. Das ist so ein Ding, das hab ich selber da nicht miterlebt gehabt, aber gab's schon mal damals auch in Richtung Ausgliederung in Sachen Dietrich und sowas, dass wirklich einfach neue Accounts, es hieß ja, wann der gegründet wurde auf Twitter, und dass der auch null Follower hat, sich irgendwie auf die Seite von, von, äh, von Hitzesberger stellt, quasi auf die Seite von VfB stellt, so gesehen. Keine Ahnung, was das soll, wer das, äh, wer die vom VfB da rausschickt, der Schrafft ist ja, glaub ich, eigentlich gerade quasi in seinem Amt nicht am Start, ne, das ist, das ist, äh, quasi gerade in Ruhe gelegt, wegen der Datenaffäre, aber gut, ist halt, keine Ahnung. Ähm, sehr, sehr interessanter Move, sagen wir's mal so. Dann hier, Ultraspazier und Spruchbänder am Vereinsgelände, haben sie da quasi am Parkhaus hingeklebt, jemand ist größer als der Verein, und dann der eine Teil vom Plakat quasi, die einzige Konstante, sind wir Fans. Auch ein schönes Ding. Hier auch nochmal ein richtig schöner Artikel. Hitzesberg, riskantes Spiel, wie gesagt, alle. Da gibt's auch sehr, sehr gute Artikel von der, äh, Stuttgart, von der Weibinger Zeitung, Weibinger Kreiszeitung heißt's, glaub ich, genau, ähm, auch sehr gute Artikel, die wirklich, wie gesagt, ich glaub, die stellen sich nicht groß auf irgendeine Seite oder sowas, aber die sind schon recht kontra Hitz oder halt kontra dem, was Hitz gerade macht. Ich glaub, das trifft's noch eher. Dann hier auf Twitter gab's auch vor dem Spiel haben sie quasi an Eingang zur Kancelkurve dran gehangen, niemand ist größer als der Verein und seine Mitglieder, auch von den Ultras. Dann hier, was nämlich auch rund ums Spiel kam, bezeichnet, dass man erst den Weg in die Öffentlichkeit mit heftigen Anschuldungen geht, eine gemeinsame Stellungnahme nach diffamierenden Artikeln ablehnt und erst nach viel zu viel Gegenwind, ähm, für ein klärendes Gespräch bereit ist. Die Reihenfolge ist die falsche, wovon hier gesprochen wird. Ist, dass Hitzesberger rund ums Spiel oder halt vor dem Spiel quasi und auch Vogt jeweils einen Tweet abgesetzt haben, bei Hitzesberger war's, waren nicht die besten Tage, die hinter uns liegen, aber das heutige Gespräch mit Klaus Vogt stimmt mich zuversichtlich, dass wir die anstehenden Aufgaben in den NSV auf B lösen. Bei Vogt war's, hatte mit Thomas Hitzesberger heute ein Gespräch unter Männern, es ist zuletzt einiges nicht gut gewesen, wir suchen jetzt beide nach einem gemeinsamen Weg im Sinne des Klubs. Da hat dann jeweils Riedmüller wieder drauf geantwortet, ne, wie gesagt, wer, wer es nicht mehr weiß, Gegenkandidat von Vogt damals, ähm, den man, den man auch gut hätte wählen können, wie gesagt, wir hatten ja beide jetzt, wir hatten jetzt ja keinen krassen Unsympathen-Wort ever dabei, das wäre ja ein Ball gewesen, wo er, glaube ich, mit beiden zufrieden gewesen wäre, ähm, ob Riedmüller oder Vogt, jetzt wurde es dann Vogt. Dann wäre es toll, wenn, wenn von dir, Thomas Hitzesberger, eine öffentliche Entschuldigung käme und wenn Daimler endlich mal außen vor bliebe und die Interessen des VfB und seine Mitglieder an erster Stelle kommen würden. Das erwarten wir Mitglieder nämlich, wurde uns versprochen und unter dem Vogt-Post hat er geschrieben, wenn sich jetzt noch Thomas Hitzberger bei dir entschuldigt, du dies annimmst, er seine Präsidentschaftskandidatur zurückzieht, bestimmte Herren aus dem Aufsichtsrat zurücktreten und das alles mal ohne den Einfluss von Daimler gemacht wird, dann könnte alles gut enden. Ja, das spricht halt das aus, was auch viele Fans ausgesprochen haben in dieser Zeit. Dann hier zum Leipzig-Spiel dann, wir hängen nicht unten drin, haben eine junge Mannschaft mit Potenzial und spiel mutigen Fußball, mehr wollte ich nie, kann ich so unterstreichen, dann hier, Niedermeyer hätte ihn gemacht, war ich nicht der Einzige, der den Niedermeyer-Vergleich hatte. Hier, Körpersprache bleibt ein Thema bei Herrn González, hatte ich ja vorhin auch schon angesprochen und, ne, ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber vielleicht hast du auch gerade deswegen, weil die Schiri stellen sie ja bestimmt auf einzelne Spieler ein und wie die umgehen mit Fouls und so weiter. Vielleicht haben wir auch gerade deswegen diesen Elfmeter in Wolfsburg vielleicht nicht bekommen, weil sie dachten, okay gut, vielleicht hat er mehr draus gemacht, als da war. Ne, Gerüchteküche jetzt, ne, nur irgendwie doofen Vermutungen, aber glaube ich nicht komplett weit hergezogen. Dann hier die schlechte Nachricht, wieder kein Heimsieg und vermutlich zum ersten Mal in dieser Saison verdient verloren. Die gute Nachricht, nur ein Tor gegen einen verdammt guten Gegner bekommen und bis zum Ende im Spiel geblieben und Gregor Kobel, vor allem Gregor Kobel, genau, weil der war ja auch bisher richtig, richtig stark, ne, Kobel, aber hatte noch nie so eine richtige Sensationsleistung, wie er sie jetzt hatte. Hat in FIFA halt mal wieder trotzdem keine Info bekommen, man kennt ihn, ich glaube kaum, dass ein Wochenende in Fußball Europa ein besserer Keeper am Start war, aber wir haben halt leider verloren, weil es ein 1 zu 1 geändert hätte, dann hätte er wahrscheinlich einen bekommen. Schade. Dann hier, Achtelfinale, ist sogar recht, recht, recht schnell wieder drauf, ne, weil wir nächste Woche das Frankfurt-Spiel noch nach, äh, nachgeholt wird und das Bayern-Spiel nachgeholt wird, dann haben wir wahrscheinlich danach erst die, äh, Terminierung genau, aber 2. oder 3. Februar spielen wir im Pokal und, keine Ahnung, es ist nur noch zum Kotzen, es ist nur noch zum Kotzen, also nicht wegen dem Gegner oder wie auch immer, aber einfach, ne, du hast wieder ein Heimspiel, was soll denn das? Du hast wieder ein Heimspiel. Du hast, seit 2016 hattest du kein Heim-Heimspiel mehr im Pokal, Heim-Heimspiel, kein Pokal-Heimspiel mehr im Pokal, also, und jetzt hast du dann während Corona auf einmal 2 am Stück oder was, wo keine Fans rein dürfen, super, so eine Verarsche, und gut, zu Hause, ne, wer weiß, Pokal zählt ja noch nicht ganz rein, wir haben auch gegen Freiburg zu Hause gewonnen, ne, aber wir haben Gladbach bekommen, zu Hause Gladbach, das ist nicht einfach, ist aber auch nicht so ein Ding, wo man sagen muss, jo, da fliegst du safe raus, also, das wird ein harter Brocken, aber mit einer, ne, angemessenen Leistung ist da vielleicht sogar was dabei, vielleicht ist da sogar was drin in dem Spiel, und man muss auch sagen, relativ sicher, tippe ich mal, dass wir da eine Free-TV-Spiel sehen werden, weil der ganze andere ist, wir haben glaube ich noch Wolfsburg gegen Schalke als Bundesliga-Spiel, der Rest ist alles irgendwie so eine Kacke wie Bayern Darmstadt und so eine Scheiße, oder halt, wenn Bayern das Spiel gewinnt, ne, äh, Bayern Darmstadt, so in die Richtung, das sind so solche Spiele und immer Erste gegen Zweite Liga oder auch sogar dieser eine Vierte oder Dritte, der noch drin ist, also die einzigen zwei Bundesliga-gegen-Bundesliga-Dinger sind wir gegen Gladbach, Wolfsburg gegen Interessanter, dann wird wahrscheinlich trotzdem irgendwie wieder Bayern oder Dortmund irgendwie auch ein Free-TV-Spiel bekommen, ne, man kennt's, hat der Sport 1, ich glaube noch eins, ich glaube wir haben ja irgendwie so circa drei Free-TV-Spiele im Pokal, ähm, also da wird man auf jeden Fall irgendwie eins davon abgreifen, alles andere wird mich wundern, also eine gute Nachricht für alle anderen, für alle, die jetzt mal keinen Sky haben oder whatever, ne, dann hier, ich lese jetzt auch nicht genau durch, aber auch ganz nett, VfB Karle auf Twitter, äh, hat das auch sehr schön nochmal runter, äh, formuliert, was so ein Problem ist mit den Personen, die wir da gerade drumherum haben und warum er eben das Gefühl auch so ein bisschen bekommt, dass jetzt ist Berger da eher die Marionette spielt, schöner Tweet oder schönes Fred als Tweet, äh, dann hier, ne, Kobel, Sportschau, elf des Tages, elf des Spieltags und bei, äh, Kicker genau das Gleiche, auch eine schöne Sache zu sehen, dann hier, gut, Missenthal, das war ja auch mehr oder minder zu erwarten, äh, wir sind total zufrieden mit unserem Kader und Planix aktiv, weil wir haben jetzt wieder Transferfenster ist offen, ähm, müsste, glaube ich, dann bis zum 31. Januar sein, der eine Monat, weder Abgabe noch Zugang, wir glauben, die Qualität zu haben, unsere Ziele mit dieser Mannschaft zu erreichen, ist definitiv so, dass wir mit unserer Art und Weise, Fußball zu spielen, Aufmerksamkeit bekommen, aber momentan sehe ich nicht, dass einer unserer Spieler attackiert wird, man hört zwar ab und an Gerüchte, mehr aber auch nicht, mal gucken, was da passiert, ich glaube jetzt auch, also von unseren Jungs, wo man ordentlich Ablöse kriegen könnte, Gonzales, Silas, Mangala, whatever, tippe ich auch nicht, dass da irgendwas im Winter passiert, also wenn wir die dick verkaufen, dann im Sommer, so vom Tipp her, also ich glaube, da wird nicht allzu viel passieren im Winter, wenn nicht sogar gar nichts, dann hier, Kicker-Artikel, auch immer wieder gut, äh, gut beraten, wenn man sich die Kicker-Artikel reinzieht vom VfB, da haben sie einen guten Reporter am Start oder einen guten Reporter, weiß nicht, ob da mehrere immer dran sind, aber vor allem Moissi, das kennt man halt da, ähm, Fragezeichen hinter der Hitzberger-Nominierung, weil da eben rein in den Statuten und so weiter irgendwas von zehn Jahren Erfahrung drinsteht, das wird aber, werde ich aber gleich wieder quasi zurücknehmen können, äh, das Statement. Dann hier auch, wie schon gesagt, ähm, Weiblinger Zeitung, Zeitungsverlag, Machtkampf zwischen Klaus Vogt und Thomas Hitzberger, der dunkle Schatten der Dietrich-Ära und die Angst vor der erneuten Spaltung, auch ein schöner Artikel, da haben sie wirklich gute Leute am Start, ähm, die gerade vor allem rund um den VfB, äh, schreiben. Es war ja öfter schon ein bisschen, naja, schwierig, sag ich mal, ein paar Berichterstattungen, aber gerade kann man sich den Artikel echt in der breiten Masse sehr, sehr gut geben. Ähm, dann hier wieder Rookie of the Month, Dezember, sollte im Normalfall ein Doppelpack werden für Silas, der steht als Konkurrent, dem steht als Konkurrent noch Ryan Sessegnon und der Rizzo Doan von Bielefeld gegenüber. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, das geht ja, wie gesagt, um Dezember. Gerade ist der Silas auch nicht so 100% in Form, aber es geht um Dezember. Es geht um die zwei Kisten gegen Bremen, es geht um die zwei Kisten gegen Dortmund. Ich glaube, gegen Dortmund war es auch der eine Assist, weil er hat hier vier, äh, Tore, ähm, und ein Assist. So, der Sessegnon, ja, toll, zwei Tor-Involvierungen, der Doan auch zwei Tor-Involvierungen, da muss man schon hinschreiben, was er fünf Schüsse abgegeben hat. Also, wenn das nicht Silas wird, keine Ahnung, aber gerne abstimmen, da hat er einen Doppelpack geholt und da haben wir quasi das Triple, weil ja, glaube ich, relativ früh noch, äh, der Klimovic schon mal einen geholt hatte. Dann hier eben Kickerartikel Hitzberger darf um das VfB-Präsidentenamt an kandidieren. Ich meine, das Finale Ja oder das Finale Mhm klappt, ist noch nicht da, äh, aber man kann, ist halt wieder, naja, wie man es kennt, Formalien, bla bla bla, ist wieder Auslegungsgeschichten, die man hier angucken kann. Und da, ähm, kann man es scheinbar quasi ein bisschen getrennt sehen und dadurch, äh, passt es auch mit seinen Anforderungen binnen zehn Jahren und whatever. Ähm, aber da schaltet sich ja jetzt sowieso noch irgendwie eine Kanzlei und so eine Scheiße ein, ob das alles klappt, ob man denen vorschlagen darf. Dann hier angesprochen der Tweet vom VfB mit der Parade von Kobel beim Elfmeter, Weltklasse. Ähm, dann hier auch sehr schön. Danny1893, gibt auch noch ein paar andere Kanäle, die das aufgefasst, aufgenommen haben, nochmal, äh, vom Elften Elf 2019, als hier zum Beispiel, was weiß ich, irgendwelche Leute halt aus dem Aufsichtsrat und so weiter, Aufsichtsratschefs und sowas am Start waren und eben jetzt mal wieder gegen, die jetzt quasi sich als falsch rausstellen, Dinge gesagt haben. So formulieren wir es mal, ne, so Geschichten von wegen, sowas wird es nicht geben mit Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden gleichzeitig und so weiter. Kennt man im VfB ja, dass man den Leuten nicht wirklich ihr Wort glauben kann, in den meisten Fällen. Hier Nikolai Stübner, ähm, weiß gar nicht, von wem der genau ist, schaue ich mal eben nochmal kurz nach. Bild, genau, hatte ich es im Kopf, Bild, äh, für den VfB. Klar ist, Vorstand und Aufsichtsrat würde nicht gehen, verstößt gegen das Aktiengesetz, Vorstand und Präsident würde formal gehen, Entwürzungen und Sandhausen ist das schon der Fall, verstößt nicht gegen 50 plus 1, mal gucken, was die Lösung sein wird und, naja, wie es ja auch Stimme immer geschrieben hier. Es geht in diesem Fall, wie es häufig beim VfB, nicht um die juristischen und rechtlichen sondern um die moralischen Fragen und Versprechungen an die Mitglieder. Ja, typisches Thema bei uns, ne? Dann hier auch nochmal Nikolai Stübner hat quasi eine Mail oder halt eine Meldung zusammengefasst, die Mitglieder bekommen haben, die man sich auch angucken kann, die habe ich hier, glaube ich, als nächstes Ding drin, genau. Ähm, hier, die VfB-Mitgliederversammlung findet am 18. März zumindest teilweise virtuell statt. Außerdem wurde eine Kanzlei beauftragt, um die Werbung von Thomas Hitzesberger zu prüfen. Der Vereinsbeirat appelliert außerdem zu einem fairen Umgang und öffentlicher Zurückhaltung der Bewerber. So, da ist das Ding nochmal drin. Dann hier kann man sich auch ganz gut durchlesen, nochmal, Fanvertreterin und Fanvertreter des VfB, Fanausschuss zur aktuellen Situation, einmal schön zusammengefasst. Und da stellen sich, wie gesagt, da stellen sich nicht wirklich viele, also stellen sich nicht wirklich irgendwer auf Hitzesberger Seite. Was nicht heißen muss, dass sie jetzt alle irgendwie Hitzesberger zum Kotzen finden oder whatever, sondern einfach seine, sein Vorgehen nicht gut finden. So, wie ich es auch schon im Kommentar gesagt habe, da kann als Präsident dann irgendwie in Personalunion hocken, wer will, das ist mir scheißegal, das geht nicht. Man muss so ein bisschen trennen, ne, weil sportlich hat er es gut gemacht, wir müssen halt die Kaderplanung, whatever, Trainer und so weiter, Spieler. Aber wie er gerade vorgeht, ist halt nicht in Ordnung. Und kannst du dir halt mal wieder als Mitglied des VfB einfach nicht geben, die Scheiße. Dann hier, sehr interessant, Balogun vorwechselt zu nicht englischem Klub. Liverpool scheint dann schon mal raus zu sein. Hier, die Athletic, David Ornstein, oder wie man ihn ausspricht, der ist sogar, ich glaube, auch recht gut dabei, was quasi Transferprognosen oder halt Berichte angeht. Der ist da recht gut dabei. Nicht ähnlich wie der, aber man kennt es ja von diesem Fabrizio Romano, wenn der irgendwo schreibt, das passiert, dann passiert es auch wirklich. Und der ist ja, glaube ich, auch recht gut dabei. Und der meint, dass dieser Balogun von Arsenal, den ich schon mal angesprochen hatte im Podcast, der ja auch ein Riesentalent ist bei Arsenal und eben der Vertrag ausläuft im nächsten Sommer, dass der scheinbar kurz davor ist, einen Vorvertrag für den Sommer eben, für den ablöslichen Transfer zu einem Foreign Club, also halt nicht in England, anderes Land zu machen. Und da war ja auch unser Gericht kurz, dass wir da auch am Start wären, ne, ein bisschen das war ja auch bei Arsenal. Das wäre schon ein dickes Ding, ist ein Stürmer, wer sich auf Flügel spielen kann, wahrscheinlich schon. Das wäre halt einer, den du halt direkt quasi im Vorhinein für González-Abgang, Silas-Abgang, whatever holen kannst. Mal gucken, was da noch so kommt. Das wäre ein dickes Brett, glaube ich. Ich meine, klar, das ist auch noch ein junges Talent, ne. Hat aber schon ein bisschen seine Spielzeiten bekommen, glaube ich, auch bei, in der Euroleague und so Geschichten. Das wäre schon, glaube ich, ein ziemlich dickes Brett, ohne es groß gesehen zu haben. Aber was man so hört, auch die Arsenal-Fans fänden es sehr schade, wenn er gehen würde. Das wäre schon ein Brett. Dann hier, Termine stehen fest, wie gesagt, bis auf Pokal, aber ein paar weitere Termine stehen fest. Freiburg ist ja, stand ja, glaube ich, schon fest. Samstag 23.01.15.30. Mainz ist ein Freitagabendspiel 29.01.2030 und danach haben wir nur Samstag 15.30. Leverkusen, Hertha, Köln, Schalke. So. Dann hier, Sanko am Wochenende vielleicht schon im Kader, scheinen die letzten Tage ja durchgehend mitzutrainieren, die haben wir geschrieben. Der war ja, der, unser Riesentalent da ist, ich glaube, 17 jetzt geworden. Oder ist jetzt 17. Hat er die U19 auseinandergeschossen, hat auch in der U21 oder hat bei der VfB-2-Mannschaft getroffen. Und der hat jetzt scheinbar mit, ich glaube, noch ein, zwei weiteren Leuten bei der Profimannschaft mit trainiert. Also, mal gucken. Vielleicht steht er mal im Kader. Mal sehen. Wenn man da direkt aus den eigenen Reihen für die nächste Zeit, ne. Direkt schon einen Ersatz hat für vermeintliche Silas, Gonzalez-Whatever-Abgänge. Ist natürlich auch nicht verkehrt, ne. So. Dann Augsburg. Letztes Spiel. Wie gesagt, habe ich ja gerade gesagt. Wir sind ein Punkt hinter Augsburg. Besseres Torverhältnis. Ein Platz hinter dem. Zehntag Augsburg. Wir Elfter. Augsburg. Letztes Spiel in Köln gewonnen mit 1-0. Also einen wichtigen Sieg eingefahren. Wenn man halt nach unten guckt, ne. Auch für uns gut, dass sie gegen Köln gewonnen haben. Team sieht laut Transfermarkt.de recht fit aus, wenn man so drauf schaut. Die haben einfach so Verletzungen drin. Äh, wer vielleicht ein bisschen stört nach vorne ist, dass ein, äh, Finn Burghason fehlt. Weiß nicht, ob der offiziell wirklich fehlt, aber steht drin als verletzt. Ähm. Sonst machen die es ja recht gut. Die Saison eigentlich, ne. So 10. Platz. Geht völlig in Ordnung für Augsburg. Gute Saison. Auch dieses, aber das ist der typische Augsburg-Sieg gefühlt. Das ist dieses, dieser, dieser Heimsieg gegen Dortmund immer wieder. Das ist so krass. Ähm. Haben gute Transfers gemacht, ne. Udo Kai geholt. Griekewitsch geholt von Union und so Geschichten. Strobl, Kalicciuri. Also echt nicht verkehrt. Äh, wirklich. Also keine Ahnung. Ich halte jetzt den herrlich nicht für einen Weltklasse-Trainer oder so. Aber für Augsburg-Standards ist das vollkommen in Ordnung, was die bisher spielen. Müssen wir mal gucken hier. Ähm. Fußballdaten.de. Ja, äh. Da lächelt einem natürlich direkt schon das 6 zu 0. Direkt ins Gesicht. Äh. Weil das letzte Auswärtsspiel in Augsburg war. 6 zu 0 vom Abstieg. Wo ich ja auch mit ein paar Kollegen war auswärts. Der Auswärtsvolk ist ja auch steil gegangen. War auch ein feierbares Auswärtsspiel. So, ne. So, oh wie ist das schön. Einer geht noch und so. Das war schon feierbar, ne. Ähm. In generellen in Augsburg kann man jetzt mal gucken. Wir haben 6 zu 0 verloren. Haben wir mal gewonnen in Augsburg. Verloren. Verloren. Äh. Verloren. Verloren. Gewonnen. Ja. Also. Hm. Ja. Ja. Auswärts in Augsburg ist jetzt auch nicht unbedingt unser Terrain, wenn man sich das so anguckt. Zu Hause aber auch nicht. Wenn man sich so ein bisschen schaut. Oder zumindest in letzter Zeit nicht mehr so wirklich. Ja. Ist schwierig. Ist schwierig. Das ist jetzt keine Statistik, wo man irgendwie komplett entnehmen kann. Von wegen, yo. 17 Jahre nicht mehr in Augsburg gewonnen oder so. Oder Augsburg hat seit 17 Jahren nicht mehr zu Hause gewonnen gegen uns oder solche Geschichten. Ähm. Deswegen wird es wahrscheinlich ein komplett ausgeglichenes Spiel. Also von der Voraussetzung ein komplett ausgeglichenes Spiel. Sagt ja auch schon die Tabellenlage. Ähm. Kann man mal gucken. Genau. Heimtabelle. Wo steht denn da Augsburg? Auf Platz 11. Und wir sind auswärts auf Platz 3. Das ist vielleicht noch ein bisschen gut, dass wir auswärts spielen. Und deswegen sage ich mal. Verlieren darfst du da auf gar keine Fälle. Weil sonst fängst du wirklich an, in diesen Strudel runter zu rutschen. Und dadurch, da habe ich wenig Interesse dran. Ähm. Auch wenn, ne. Wir sind Aufsteiger, ne. Dass wir in den Abstiegskampf irgendwann reingeraten, wäre nicht das Unnormalste der Welt. Ähm. Aber natürlich lieber so lange wie möglich irgendwo auf 12, 13, 11 halten, als da wirklich reinzurutschen. Deswegen. Keine Ahnung. Ich mag da jetzt, wie gesagt, ich mag dieser Mannschaft gar nicht, um die diesen Druck machen, whatever. Wie man es auch im Dortmund-Spiel hatte, zum Beispiel mal um 5 zu 1. Und man hat schon gesagt, ja gut, wenn du in Dortmund 5 zu 1 gewinnst, dann musst du auch zu Hause gegen Union gewinnen und solche Geschichten, ne. Deswegen will ich dann manchmal diesen Druck gar nicht machen unbedingt. Oder mir den Druck nicht im Kopf machen, da richtig immer von Sieg, Sieg, Sieg auszugehen. Also auf jeden Fall darfst du nicht verlieren gegen Augsburg-Auswärts. Das ist schon mal ganz, ganz safe. Und rein fußballerisch. Und von dem, was wir können auf dem Platz, was wir bringen können, kannst du das Spiel auch sehr, sehr gut gewinnen. Also ich würde sagen, ein Unentschieden mit sehr positiven Geschmack, dass da auch ein Sieg dran, äh, ein Sieg drin sein könnte. Und dann bin ich raus für diesen Podcast. Bedanke mich fürs Zuhören bei euch. Geht jetzt wieder die Streams, ne, auf YouTube. Genauso wie auf Twitch. Wenn ich dann irgendwann, mir fehlt ja wie gesagt die Watchtime noch, äh, die Wiedergabezeit zu diesem YouTube-Partner-Programm. Äh, aber wenn ich da halt dann Partner bin quasi, wird man, kann man nicht mehr auf zwei gleichzeitig. Genauso habe ich mir mit Twitch. Da könnte ich jetzt auch Twitch-Affiliate werden, weil ich über 50 Leute oder 50, äh, Follower-Abonnenten habe. Aber mache ich nicht, weil wenn ich dann irgendwann diese tausend habe, also die tausend habe ich auf YouTube, aber halt auch diese viertausend, äh, Watchtime, diese viertausend Wiedergabestunden habe, dann werde ich nur auf YouTube streamen. Aber so lange, wie ihr in diesen Ankündigungen immer unten quasi YouTube und Twitch reinfliegen seht, kommt es auf beiden gleichzeitig. Und dann irgendwann wahrscheinlich, wenn es dann irgendwann fertig ist mit der Wiedergabezeit, hoffentlich, dann wird er welches unten irgendwie ersetzen halt, dass es halt nur auf YouTube kommt, weil da ist halt meine Reichweite. Ist ja logisch, aber nur, dass ihr es wisst, war ja dann gegen, gegen, äh, Freiburg mit Pokal jetzt die Premiere wieder, nachdem dann der, tatsächlich, war es ja auch so, der falsche Urheberrechtsanspruch zurückgenommen wurde, ähm, dass ihr es hier nochmal, auch nochmal Bescheid wisst. Stream gibt es dann Samstag ab 15.15 oder so, ne, wie man es, wie man es halt kennt. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören, alles wieder verlinkt und so weiter. Ihr kennt ja, wie es abläuft. Und bis zum nächsten Mal.